Hallo und herzlich willkommen zu, äh, ich bin bei Lost Vero 4, äh, ich glaub das ist jetzt die fünfte Folge, wir sind jetzt ein paar Sekunden vor Server statt und wir nutzen den Quill ab jetzt auf den Server joinen und ich würd sagen wir joinen in 3, 2, 1, los, auf. Und drauf da. Oh, wir sind schon die ersten Raptors drauf, ne? Ja. Ja, und der Quill ist einfach umziehen, wo der Spawn ist. Wo der Spawn ist und, ähm, was hättest du mir vorher sagen können? Äh, äh, ich weiß, dass wir erstmal hier Richtung Norden müssen, das wusste ich, Nordosten müssen wir jetzt hier erstmal gewissen, das war nicht, ja, das müsste in den Regeln nicht bestimmen. Ich würd mal sagen 0-0, oder? Ne, nicht. 300 und irgendwas anderes. Ja, warte, ich such gerade. Ja, renn, renn mal nicht weg, würd ich sagen. Drei kleine, drei kleine, ne. Darf ich denn eure, darf ich mir die aufnehmen, was habt ihr eigentlich die M-Bomben droppen? Nein. Weiß ich nicht. Schade. Ich hätte nämlich auch was gesagt. Ich würde sagen, drei kleine, ne. Ich fänd's nicht. Die schwammende Meerblutblutblutblutblut. Ich hoffe, ich schumme noch kurz ein bisschen, erst mal wieder zu gucken. Ich find's nicht. Das ist bei Regeln. Das Ding ist, ich kann jetzt nicht rauskrabbeln. Ist der ja so dick, ne, dass ihr gestrikt werdet? Ne, das geht bei Infos, bei Infos. Bei Infos? Ja, hättest du mir... Ich seh, okay, ist so dick, ne, dass ihr morgen gesnipet werdet, ne. Boah. Äh... Würde ich schon. Äh, 85, 133... Normale Menschen? Ja, dann join ich einfach kurz, was hast du auf Lust? Paul, dann join wir aber nicht mehr. 31, 100, 1, 100. 3 kleine, 1, 100. Paul, wo bist du? Hä? Ich zum Nord-Nord-Osten. Nord-East, okay. Hä, Digga, Raptor, hä? Ich glaub nicht. Trotz-Koll ist verboten. 3 kleine Hunde, Navi, Paul und Dominic. 500, 100, so wie so, oder? 85 und 130, oder so. Digga, ich bin auf dem Bauch, ich spiel' ja so'n Berg hoch. Die Bar ist schon selten, ne? Hier ist Kabel. Hier ist überall Kabel. Nee, aber das ist so Sass, das ist so Fight-mäßig. Das ist so Sass. Weißt du, Dominic, dass das, dass das, was ist Sass? Das, der, der, der Ding, der Koppel ist Sass, der kann, äh, befrag ihn mal, gleich, warte mal, ob der hier ist. Das ist doch, äh, das ist doch verboten, so zu schreiben, SP oder so. Jaja, du darfst sicher keine Files ausmachen. Das ist halt der Boden raus. Wenn ich auf allem Herbst bin und hinter mir wer ist, dann würde ich schon machen. So dick, ne? Paul, wo bist du? Ich brauch' den Ente. Wo bist du denn? Ja, ich bin 300, minus 350, minus 1000. Minus 1000? Ey, nein, normal 1000. Schurge. Minus 1000? Ich hab grad grad' ein kurzes Stampel, weil ich nen Screenshot gemacht hab' aus Versehen. Lassst du das juckt? Ich denke nicht. Mich? Ja. Ja, aber dich hat keiner gesprochen, Thomas? Natürlich. Ach so richtig traurig? Natürlich. Natürlich. Na klar. Na klar. Wo sind sie aufs Spawn? Ja, ähm. Ja, genau. Ach, wollte ich noch eigentlich sagen. Aber wenn du verfolgt wirst oder so. Warte. Ich seh' nicht. Ja, jetzt bist du wieder runter vom Berg. Willst du dich verarschen? Wer die letzte Folge nicht geguckt hat und sich wundert warum wir noch zu zweit sind, unser Maid musste dich sowas halten. Ja. Das war's. Ich hab den Ende. Ja. Wenn man verfolgt wird. Wie soll das denn? Ach stimmt, der ist kaputt gegangen oder? Achso. Jungs, wenn man verfolgt wird. Da könnte man einfach sagen, könnte man einfach schreiben, dieser Spawn ist ja wunderschön. Nein, äh. Es steht literally, sowas ähnliches steht literally in den Regeln. Genau dieser Satz steht in den Regeln, dass man das nicht sagen darf. Ich überleg mir was anderes. Ich bin ja so dick in anderen Satz, ne? Warten zum gesamten Spawn doch nicht. 85 mit 130. 85 mit 130. Ja. Ich bin auf dem Weg, unser Derben. 85 mit 130. Ja. 580. Nein, 85. So dick hier die ganze Zeit kurz auch, ne? Ja, ich auch. Ich hab mich aber einfach nicht. Oder man sagt einfach, ich bin auf dem Weg, mehr und mehr Level zu können. Okay. Oder man sagt einfach, ich bin auf dem Weg, mehr und mehr Level zu können. Mal holen. Zu ergattern. Da liegt ne Power für dich, ne? Hast du sie? Ja, ich hab sie. Ich hab voll alle mit Indien zu den Haken gesprungen. Also da hätt ich auch's Kotzen hier bekommen, aber nix. Okay, hast du eigentlich Char 4? Nein. Wir fehlen auch Level dafür. Sö, du hast ja Knopfack. Ja. Lass einfach vorbei, das könnte gut sein, wenn wir auf dem Bergspiel gehen. Ich bin ja so dick froh, dass ich Ballastfläder nicht mitmache, ne? Warum? Aber hinter mir sind voll iron. Hast du noch was gebratenes zu essen? Weil genau jetzt hab ich nichts mehr. Ich hab noch 26 Schweineforschläge. Ey, ich zünd hier halt immer mit meinem Lava einmal an. Ja, ich hab keine Lava. Wir können das bei Kühen noch mit nem... Ey, ich bin so kacke, ne? Wir können das bei Kühen noch mit nem F... Digga. Bei Kühen noch mit nem FNS machen, ne? Ja. Ja, ja. Ich bin Literly grad auf 5 Werfel. Ja, ich spiel mal nicht. Literly. Liter... Literly. Darf ich mir... Soll ich mir noch kurz ein P2-Piece machen? Ähm... Wie viele P2-Piece hast du? Eins. Ähm... Ich hab auch eins. Eins. Okay, kannst du dich noch eins machen? Du hattest doch noch ein Buch, oder? Ich hab ein Buch, ja. Junge, mach das schnell. Ich hab nicht genug Geld dafür. Warte, dann kann ich den vielleicht machen. Schnell mach das Endschock. Wo war dein Buch? Du brauchst eins? Ja. Ich bekomm gerade... Ich bekomm ja... Ähm... Ich kann eine Sache Crap Engine, ne? Okay. Alarm! Telefon Ring! Nein. Der liegt da? Ich darf also... Ja, ich bekomm keinen Pops. Digga! Ich speihe ihn auf einmal neben mir! Warte, kannst du mal... Entweder aufstellen. Ich will gucken, wie viel es kostet. Ich... Soll ich schon mal weiter ein bisschen ran? 10 Level. Ähm... Ne, warte hier mal. Weil sonst verliere ich dich wieder. Ach, in die Affe! Scheiß auf die! Scheiß auf die! Scheiß auf die! Und wo hast du gesagt, das Spawn? 85... 130. Ich weiß nicht. Magst du Nenner gehen oder einfach Spawn abcampen? Digga, aber dass keiner jetzt zu Server startjoinnt, ne? Darum... Don't miss noch Schocker können. Ich würde das gerne mitnehmen. Echt? Ich laufe hier doch eh in die Richtung. Save, jeder wird joinen, wenn wir weg sind. Also so... Da sind sogar zwei Quellen. Ist das richtig? Ja, das ist mein... Hast du noch Zuckerrohr? Ähm... Ich habe jetzt 5. Ja, wir müssen als Trader eigentlich jetzt hier geradeaus noch... Passt dazu. Passt dazu. Achso, das ist... Ich dachte gerade, da fließt Wasser runter, was nicht dazu gehört. Oh, das ist nur ein Wasserfall. Oh, den Wasserfall habe ich... Den Wasserfall habe ich einen Trader gesehen. Ja, ich habe den Trader nicht angeguckt. Ich schon. Doch, hab ich, doch hab ich. Oh, hier waren welche. Vielleicht der Raptor und Y-Nick. Sind die du? Ja, Raptor ist du. Ich denke schon, das muss sein. Der ist so kacke, ne? Der vorstämt dich, mir echt keine Ahnung was. Er ist untertagen. Er ist fast so schlimm wie Fabio. Zuri hat gespielt, ne? Der war mit Raptor und Y-Nick Team. Besser ist es, ne? Er ist an Gravel gestorben. Er ist an Gravel gestorben. Und Gravel hat irgendwie mit Halben überlebt, hat er geschrieben. Digger, doch im Glück, ne? Stell dir vor, dass sie sich gleich zwei Arzt sind, die so 580 580 Da müssen wir, ja dann wäre schon zu weit, dann müssen wir jetzt nur noch die da Ja, was sind die jetzt da? Ja, was sind die jetzt eigentlich da? Ich sag dir, die Bücher unten ist so eine Art Parallel Ich habe es genau richtig prediktet Aber so prediktet, ne? Jaja, das sieht voll geil aus Ja, das sieht geil aus, aber ich glaube nicht, dass das für einen Fight so richtig angenehm ist Ne, ich glaube generell, dass die ganze Welt nicht so angenehm sind für einen Fight Glaubt ihr, dass die Complete Map custom ist? Ja, 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 ja Komplett selbst beworben Sie haben ja sogar einen Overlay von der Map reingeschickt, das ist eine Insel Einfach Super 3.0 Wollen wir in den Landmark kurz reingucken? Ob die Türbergs oder so ist? Ey, ob die da die Reptor sind? 3, 2, 1 Ich kotze, wenn die da jetzt stehen, ne? Oh Gott Oh Gott, ich habe richtige Lacks Das ist so schlimm Ne, wir sind auf jeden Fall nicht die Ersten Oh, hier liegen Pieces Oh Ich glaube, es ist ja echt aufzitiert, ne? Soll ich mein Overlay ausmachen? Ja, mach mal Hier ist ein Graphing Table Hier lang dann wahrscheinlich Ja Ich denke, ich sitze hier lang, oder? Glaubst du? Ne, aber da unten ist ziemlich viel Quarz Ich würde sogar actually gerne mal abbauen Für die Mannschaft hier Ja, dann hol dir was Ich guck mal, ich lauf hier ein bisschen rum Ja, guck dich ein bisschen rum Ich guck mal hier, ob die hier Weil hier lang können die actually sein Ich guck auch auf Overlay die ganze Zeit Hier ist noch Quarz Egal, es könnte ja wirklich sein Dass sie sich hier gleich welcher einloggen Und einfach so in uns drinstehen Ja, wäre doch geil Das wäre richtig geil Ich, ich, ich finde Ich weiß nicht, also Jetzt richtig Bock auf den Fight irgendwie Ich schon, ich auch, unnormal Warte, wie sieht 2 Reakt bei dir aus? Äh, Reakt bei dir aus? Naja, einfach normal Aber dieser Ja, was soll ich denn sonst antworten? Hat er links oben? Ja, der hat so einen grauen Punkt da, ja Okay Ich bin tot Ich bin in Lava, ich bin in Lava See Nein, 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 nein Nein, 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 nein Paul, 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 Paul Ich hab's so dick gesehen, ne? Völlig, 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 völlig Wo, wo, wo bist du in den Lava See reingefallen? Ja, Paul ist hier tot Paul ist tot Wo bist du? Paul ist 3 Ich sag's dir, wenn ich sterbe Was? Mein, mein Wort hat gebackt Ja, Paul ist tot Nein, nein, nein Halbes Ach Nein! Minus 42, 69 auf Höhe 17 Wie, ganz Was? Hahahaha Hahahaha Alter Ich hab's noch im Strahl Junge Paul Junge Paul Oh Nein Ich heule gleich Ich heule gleich Nein Ja Ja Das, was mit dem Projekt Shelter Sechs da bitte auch ein Ähm Ja, dankeschön fürs Zuschauen Ich verabschiede mich dann auch, ne? Ciao Oh Digga, mich hat die René Wir und Marlon hab ich direkt angeschrieben, ne? Minus 69 und was? Ich, ich guck nach Minus 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 Nein Nein Doch, natürlich Komplett, aber Minus 43, 69, Höhe 17 Doch, stimmt sogar Minus 43, 49, Höhe 18 Digga, aber guck mal ganz kurz Das, aber es war halt ein MC-Bug Da, guck einmal Ist das Gibt's für MC-Bugs im Übers? Du bist, du bist, du bist unter der Lava gestorben, oder? Nein, nein, ja, ich hab mich eingebraucht, guck mal Kannst kurz, kurz In der Lava Nein Nein Guck einmal Nein Ich kann grad nicht, ich hab nicht, ich hab fast keine Zeit mehr Ich muss deinen Staff finden, sonst respawnt der Ich muss mal, ich muss mal Internetseuch stoppen Der Kacke, ne? Ich hab so dick in seiner Bühre gesehen Oh Gott, ne Oh Oh mein Gott Digga, du hättest hochschwehen müssen und Perlen müssen, ne? Nein, dann wärst du doch auch Nein, dann wärst du überlebt Glaubst du? Ja, dann hätte Dominik noch einen Gap trocken können Ja, aber der war ja richtig weit weg Jetzt find ich den Staff nicht So Ich dachte, du musst dich selbst mal falsch haben, ne? Ey, wo zur Hölle? Wo zur Hölle? Minus 43, 69, Höhe 18 Das ist in der Lava Ja, da ist unter der Lava Wahrscheinlich kann ich, wahrscheinlich komm ich unter die Lava rein Na klar Ich bin halt in die Lava gejobbt Und dann, ähm Ich hab mich einfach eingebaut Ja Das ist der der Traurigste von dem ganzen Weh rum Also ehrlich, dann mach ich einmal bei nem Projekt mit Dann sterb ich nicht Ich hab vielleicht Ja, aber ich muss hoffen, dass die nächste Folge dann noch was drin ist Okay, jetzt guck dir jetzt einfach kurz zu viel über Das ist peinlich Ja, warte Es ist peinlich Was? Soll ich den Strike riskieren und nochmal draufschauen? Nein, nein, nein Das war's mit der Folge, jetzt bin ich komplett allein Oh, der hat verliessen einfach zwei Folgen Ich muss jetzt hoffen, dass dein Staff noch da ist, damit ich für dir bin Nein, das muss ich wieder runtergehen Also jetzt Ich guck mal